Vor einer Woche hat die FSG Dippertz-Dierlos in der Kreisoberliga Mitte den Nachbarn und Tabellenführer SV Hofbiber mit 4 zu 1 vom Platz geschossen. Heute, nur acht Tage später, das Rückspiel, die Chance zur Revanche für den SV Hofbiber. Ja, und die sollten sie eindrucksvoll nutzen. Schiedsrichter Islam Kotsch vom FV Steinau, Trainer Anton Balz von der FSG Dippertz-Dierlos und dann kann es auch schon losgehen. Reinen Spiel, die erste Szene nach vier Minuten, dieser Kopfball für Dippertz-Dierlos. Moritz Krämer und Stefan Hellwig im Tor des SV Hofbiber verhindert die frühe Führung. Dippertz gleich wieder aggressiv, aber eben nur die ersten Minuten. Dann übernahm der SV Hofbiber mehr und mehr das Zepter. Der Ball hier passt auf, ist nicht im Aus. Super gemacht in dieser Situation von Fabio Ruppert, der legt auf. Und dann, Achtung, Lukas Haas, ein super Tor von ihm. Das war genau so gewollt, da wollte er das Ding hinhaben. Hofbiber geht in Führung, gespielt sieben Minuten. Natürlich genau das, was die Mannschaft von Trainer Sebastian Vollmar wollte. Ja, und es gab eigentlich nur noch Hofbiberer Angriffe. Die Mannschaft aus Dippertz-Dierlos, wirklich kein Vergleich zur Vorwoche. Wieder Fabio Ruppert knallt das Ding an den Außengiebel in dieser Situation. Ja, Sebastian Vollmar und Alex Scholz, ein routinärer Platz. Machen wir weiter so? Jawohl, so machen wir weiter. Und genau das sollte Hofbiber auch beherzigen. Wir gehen in die nächste Situation hinein. Moritz Krämer hat den Ball für Dippertz-Dierlos. Der wird dann abgefangen und dann geht's schnell. Wieder dieser Fabio Ruppert, zweikampfstark hier in dieser Szene. Bringt den Ball in die Mitte. Und dann kommt von hinten wieder dieser Lukas Haas, frisch aus dem Urlaub von Italien am Flughafen um sieben Uhr gelandet. Und jetzt der Matchwinner in diesem Spiel. 2-0 Pausenstand. Wir melden uns gleich wieder mit Halbzeit 2. Daniel, du alte Rakete. Servus, Ralf. Du am Grill hier. Dann nehme ich doch mal promene Brat los, mein Freund. Die esse ich lieber selber. Die ist von der Metzgeri Robert Müller. Ja, nach der Pause erwartete man eine zornige, eine mutigere Mannschaft aus Dippertz-Dierlos. Aber es kam ganz anders. Sieben Minuten gespielt im zweiten Durchgang. Der Ball kommt zu Alex Scholz. Der sieht gleich draußen. Benni Ochs bedient ihn und dann schaut euch das an. Tolles Tor. Ball in die Mitte. Zack, zack, zack. 3-0. Janik Ploil super rausgespielt. Diese Bude. Sieben Minuten nach der Pause war hier eigentlich die Entscheidung gefallen. Es ging nur noch um die Höhe des Sieges. Und es sollte noch einiges passieren. Benni Ochs hatte Freude am Vorbereiten. Denn er legt auch gleich das 4-0 auf. Sein langer Ball. Fabio Ruppert nimmt das Ding super mit. Ja, und der Rest ist Begleitschutz für ihn. Er schiebt ein. 55. Minute. 4-0 für den SV Hofbiber. Und jetzt brach die Welt der FSG Dippertz-Dierlos komplett zusammen. Wieder nur zwei Minuten später. Dieser Bock hier hinten in der Abwehr. Ja, und dann Janik Ploil vorbei an Marcel Röder. Der will noch klären, aber kann ihn nur noch per Foul stoppen. Ganz klare Entscheidung natürlich. 11 Meter für den SV Hofbiber. Ja, und weil es keine Doppelbestrafung mehr gibt eigentlich, dachten alle, es gibt Gelb für Marcel Röder. Aber, denkste, es gibt jetzt die rote Karte für den Schlussmann der Dippertz-Dierloser Mannschaft. Mit der Begründung, er hätte keine Chance gehabt, den Ball zu bekommen. Ja, kann man drüber streiten. Ansonsten hat Islam Kotsch gut gepfiffen. Besonders die entscheidenden Szenen hat er richtig gesehen. Aber hier, naja, die zweite rote Karte, die Röder schon von Sherry Kotsch bekam. In seiner Ehrenberger Zeit sah er auch schon mal rot als Kotsch ein Spielpfiff. Für Röder ging jetzt ins Tor Calvin Beck. Und er hat es natürlich schwer, denn seine erste Aufgabe war, den Elfmeter von Janik Ploil zu parieren. Schafft er es oder schafft er es nicht? Ich kann es vorwegnehmen, er schafft es nicht. Ploil stellt auf 5 zu 0. Drei Tore und ein Platzverweis gegen Dippertz-Dierlos innerhalb von sieben Minuten. Das war natürlich bitter. Und jetzt brach es richtig über die Mannschaft von Anton Balz hinein. Mit der 2, Leonard Ditzel legt auf. Benny Ox versucht es einfach mal. Ja, den muss er haben. Das weiß er selbst. Calvin Beck. 6 zu 0, 77. Minute. Ja, es war längst nur noch ein Trainingsspiel. Es war längst kein Feuer mehr drin. Zu überlegen war Hofbiber das 1 zu 4. Ausgemerzt der direkte Vergleich natürlich jetzt auch auf Seiten der Mannschaft von Hofbiber. Und dann noch dieses tolle Zuspiel hier auf Benny Ox. Der macht sein zweites Tor. Endstand 7 zu 0 für die Mannschaft aus Hofbiber.